Und damit davon alles herunter und von Let's Play Monster Hunter Rise Und der Hunter? Monster? Hört sich gedreht In der letzten Folge heilig Und Quession Die gute Mitsuzuno 19,6 Sterne Quests machen Und Meister Utsushi erzählt ganz viel Und ich bin Feuer und Flamme und ihr seid toll und Jagd-Quest 6 Sterne Mit dem Langschwert, mit dem Doppelkling, mit der Gewehrlanze Entecktenkleefe, Bogen Welche Neuigkeiten Stimmt, jetzt gibt's hier heraus Eine Herausforderung ist 6 Sterne hier Hm Mitsuzuno, Überraschung Im Haus Regami-Axt Ach wir mussten sogar eine von, das war eine Mission Dann ist besser noch Dann ist doch die grad zu schlimm Schmied fehlt wieder irgendwas, sie hat Dekorationen neue Mal ist der Hoyo Oder nichts Mal die gute Miyoto Willst du Miyoto dann noch vor? Ne, die hab ich schon Hast du echt? Ja Diese Belege Gelegenheit bitte Ähm Ist es nicht unglaublich, dass die Randale eigentlich eine gigantische Monsterwanderung ist? Kann ich fassen, über welche Macht diese Windschlange Ibushi verfügen muss Um sowas auszulösen, auf jeden Fall müssen wir handeln Wir müssen die Randale beenden und meine Schwester von ihren Schmerzen erlösen Fünf Sachen müssen wir machen Dinoku Was ist Anjanat? Hatten wir das schon? Ja Ja, es sind so viele neue Jahre, ich find das super toll Wunderfall Kann nur noch heilen, ne? So, dann ist hier nochmal die Bu noch Was ist denn? Mit Elvakuga und Jura Todas Tue ist für die Dango Draußen rede ich noch über ein paar Ein Pinselkleber als Design Wenn du in einem Hutronen schweif und ein Sturzblutbeutel hast Nein, ich hab keinen Sobner Kanzletativ Oh, die wollte echt noch mehr machen Ey, die hört mich auf Alleraltester Fogen hat wieder ein paar... Nein, die hört mich auf Ja, die hört mich auf Die haben ja noch 30.000 Quests für uns Hört mich auf damit Ich bin nicht schon Dango Du Du hast aber was für mich auch klebrig Ruf der Wildnis Dango Ah, und du für ihr am Abend sieht man die Tage zu selten, oder? Hier, ich hab noch ein paar Sachen für dich, oder? Geil Frischling, oft zu größeren Jagden los Ich mag das einfach Sonsten Die eine Mission in der Liga für die Dango Das müssen wir zum Beispiel auf jeden Fall machen Wir brauchen die ganzen Dango So, will noch irgendwie groß reden? Du musst du auch bewegen, Buddy Plaza Ja, okay, das ist mir egal Flally Oh, das ist hier So, hat es ja gleich verbessert, okay Hm Ist jetzt Lotterie für mich Ja, Lotterie Geil Jackpot Ding, 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 ding Sehr gut Gut, also wir könnten Sinokre, Somnakan, Bariot, Mikadachi, Anjana, Nagakuga, Rathalos Geht was aus? Ach, ich Ach, ich Ach, ich Ah, geht's Ist meine Rüstung da jetzt nicht wieder komplett kacke Ich glaube mir nicht Ich glaube mir nicht Minus 7 Donner wieder, sehr gut Ich bin gewappnet Ach du machst Sachen Ach du Heilige, äh, dann Ess ich mal ne Mahlzeit Angriffsbonus Was kann ich dir tun? Aber wir haben jetzt dann gewusst, die einfach zwei Fähigkeiten haben Wo ist denn die Doofe hier jetzt? Oh, es geht zum Dunkelblauen Wie hat die Dauert von Oh Eis trotz, die Donner trotz, die wollte ich hören auf jeden Fall Sammler trotz Warum? Sind hier gerade so gute Dango's Aber ich, wo kann ich das denn zusammenstellen? Ja, kann ich nicht, weil ich schon gegessen hatten Hm, jetzt rum So, nahm mal gegessen Warum will der uns keiner mehr beitreten? Finde ich schade Und nicht nett donuts Ich mach doch nicht so'n Stress. Ah, was war das? Alter, das Bild! Oh nee, das ist bei dir gar nicht. Leuchte ich nicht so ein. Ich hab nur noch einen Datoscreen gehabt. Ich möchte es nicht so sein. Seit mich ein Zillowkran gesprungen hat, bin ich ganz nervös. Hermann Fels steht noch zu Berge vor Angst. Jetzt würdest du mir mir aushelfen! Richtig krass'n Datoscreen, glaubst du nicht? Ja, richtig krass'n Datoscreen, glaubst du nicht? Ja, richtig krass'n Datoscreen. Nein, das hat nicht. Da musst du dich täuschen. Ich bin grad irgendwie echt unsicher, ob das ein Rater los ist. Irgendwie glaub' ich's nicht, aber... Sag' ich ja. Ja, aber ansonsten wüsste ich ja nicht, was das sein soll, was wir schon kennen. Nein, das muss ein Rater los sein... Nein... Ich muss ein Rater los sein. Ich muss das überprüfen. ich 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 ja das ist oft ich möchte ich bin ja ja es ist okay Nocum Kumpel ich mag Zinoco nicht ach vor allem wenn er so was macht freut mich mal auf ein Höllenfeuer Zinoco in dem Sinne ja ich glaub nicht ich glaub es gibt Palmonsoft, dass ich mich freue was noch kommt warum? weiss ich nicht weil die Tetraformen weiss nicht ob es sie gibt ich auch nicht aber du hättest jetzt schon gedacht dass neue Sachen kommen und es ist einfach nix da ich bin echt traurig langsam wo sind die neuen Wands da? gibt es nicht das sind alles Werbelügen ich bin doch nicht alle in der letzten feste ich bin doch nicht alle in der letzten feste ich bin ja alles vorgemügt ich bin ja alle in der letzten feste ich bin ja eigentlich ich bin ja auch Der fluscht natürlich auch. Super Sonic Waysay. Wo haben sie am Samstag vor? Nichts. Auaaaaaa. Ich bin nie nicht zu Hause daheim. Oh, Peace Marathon. Nein, kein Schiff. Aber guck mal auf, ihr. Gestern war der Anfang. Es geht weiter. Mahahahahaha. Es ist halt auch wieder bis 9 Uhr. Oder wie sieht es bei Ihnen aus? Ich weiß es noch nicht. Aber sie wissen doch, ob sie Essen machen müssen oder nicht. Auaaaaaa. Nee, Essen muss ich nicht machen. Das für mich war es. Mare ist gerade in einer Restaurant-Bar. Der isst selber raus. Wie kommt er nach Hause? Aua. Ich weiß ja mal, dass hier keiner einen Führerschein hat. Siehste Mann. Wann kommt denn jetzt keiner? Ich bin geblitzt, Dingsd. Ich bin geblitzt, Dingsd. Isst der Mann. Warum kommen die anderen Monster nicht mal dahin? Ärgerst du? Gernst du ihn aus. Gernst du ihn aus? Ja, sollen sie ja auch? Ja, sollen sie auch. Für Recht dieses Monster, ey. Warum ist denn so in einer krassen Form, was passiert? Ich glaub du hast ihn wütend gemacht. Gar nicht. Halt um, ich brauch Käfer von dir. Guck mal deinen Käfern ey. Was muss man dann drücken? Naja, einfach sammeln. Ich kann mich nicht bewegen. Hallo, ey. Oh, ich bin voll in der Ecke. Hallo. Ich bin eingekesselt. Ja, der mag dich. Ah, gefühl mir mag mich jedes Monster. Ja, dann sei mal froh. Mich nicht. Will ich nicht. Lass mich doch. Und gar nicht, weil du Monster Hunter gar nicht magst und ja ich gar nicht töten willst. Ich schon. Na grad deswegen will ich dich ja töten eigentlich. Ja. Auaa. Alter, ich hab Synocra Jaspis bekommen. Ein seltener Edelstein aus inneren Mannschafts wie Noko. Naja. Lass doch gar nicht. Mal jetzt oder was? Am Bauch oder am Rücken? Im Rücken. Ich glaube es geht sogar größtenteils um jetzt mal. Ich konnte das nur dreimal machen. Ja, ich auch nicht mal. Hast du beim letzten Mal gesagt, dann endlich? Sicher. Ich glaube wir nochmal umfütteln kannst du es lieber machen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt seien sie sich mal sicher bitte. So müssen wir alle Informationen zu 100% hier weitergehen, ne? Bitte hier aber nicht. Ich habe überlegt, dass wir mal ins Nikoland fahren. Die Überlegung hat ja schon mal, oder? Ich glaube ja. Nikoland. Okay, das ist nicht in Deutschland. Ich bin doch egal. Ida Park. Oh Gott, da habe ich Angst. Ja, ich bin doch bei dir. Das macht es nicht besser. Was? Du bist so klappt, du darfst in die ganzen großen Sachen eh nicht rein. Kannst du mich verarschen jetzt? Das ist nicht 1,70, sondern 1,50 was man da sein muss. Ja, sag ich ja. Okay, haben wir jetzt den ganzen Part ruhig. Nee, du bist nur klein, aber nicht ruhig. Giss hcirkel! Bin ich auf lerne ich. Ich bin jetzt ein ganz stellar Part, ich bin jetzt ein großartig. Ich bin jetzt ein ganz stellar Part Facebook. Jetzt gehen wir insählen. ... ... ... ... ... ... ... Ahem. Was der Snufflepuff? Ich geh also noch nie näher davon, ich glaub's nicht. Ich geh noch mal hier zu Zinokon, nicht mehr in der Nähe. Ich geh noch mal, ich geh noch mal. Ich geh noch mal, ich geh noch mal. Ich geh noch mal hier. Da wird die ganze Zeit der Controller und so. cool I'm going after it I'm going after 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 Hey 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 That a lot I'm going after Hören sie auf dann jetzt. Oh, wie langsam reißt. Jetzt werden sie auch so ruhig zu sein. Oh, ja! Where do you think you're going? Let's have a closer look. Oh, ja! Oh, ja! Are you ready? Oh, ja! No, we're holding back! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Ah! Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Ich hab noch einen Zinnokoyaspus gefunden. Ich hab gar nichts davon gefunden. Hä? Was hab ich denn vorhin gefunden? Das war nicht ein Zinnokoyaspus. Warte ich nicht. Wir hätten sich ja einfach entschuldigen müssen, wenn ich sofort wieder geredet habe. Aber es kam kein Entschuldigung, naja. Ey, wirst du schon alles zu mir gesagt hast, warum soll ich mich da entschuldigen, weil ich sage, du bist klein? Nein. Weil du das nicht nur einmal gesagt hast. Bist ja auch klein. Aber das ist definitiv nicht so, dass ich da bei irgendwas nicht mitfahren kann, weil ich... Wie du so weitermachst... Ach, ich sag was... Ich bist ja zu leicht dafür. Du brauchst bestimmt auch das Gewicht, dass du nicht gleich wegfliegst. Ich wollte gerade das Gegenteil bei dir sagen. Ich wollte gerade sagen. Aber so schlimm ist das bei mir auch noch nicht. Aha, jetzt wo es wahrscheinlich was vorbei ist, es kommt noch einer dazu. Ich weiß, ob wir jetzt wieder ein Part über nur eins schaffen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mal ein paar Komponenten haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mal ein paar Komponenten haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch mal ein paar Komponenten haben. Aber selbst das waren vielleicht vier Komponenten. Ja, aber selbst das waren vielleicht vier Komponenten oder so. Wow, der ist nicht mehr bis zum Wurzeln gekommen. Sei doch froh, dass er jetzt da ist. Wissen jetzt... Ja. Wobei... Ich war... Ja, krieg ich nur für tolle Sachen. Hier ziehe nur Elektrophyll. Bei der Arbeit ist es... Was... Eins jetzt... Ich bräuchte nur drei mehr Elektrophä. Der Kampf hat dich nur gesunken. Hey, da ist ein Garkwa. Nein, nicht Garkwa. Hey, jetzt hat das Fleisch mein Hundi bekommen, alles klar. Wundervoll. Hat sie nur Kopie gekriegt? Ich kann ja, wir können ja noch mal kurz gucken was... Auch nicht. Ansonsten war es das auch wieder für diese Folge, meine lieben Liebenden. Wie gesagt, wir gucken, gucken. Wie geht's? Waffen schmaffen soll ich immer da? Warum sollte ich aufstehen? Zinogrel darf ich auch gar nichts bauen. Okay, das war's. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Nicht verpassen, Like da lassen. Bis dahin, tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.